Hey Leute, Mode und Make-up scheint heute wichtiger denn je. Unser ganzes Netz ist voll mit Schminktipps, den neuesten Sommertrends und den besten Sneakern. Doch auch schon in den vergangenen Jahrhunderten verausgabte sich die Frauenwelt sehr stark für ihr Aussehen. Wir haben heute 8 seltsame Schönheitsideale, die es zum Glück nicht mehr gibt. Los geht's! Nummer 8, Shopinen Damen des 15. bis 17. Jahrhunderts schätzten Schuhe mit einem richtig hohen Steg, genannt Chopin-Schuhe. Dies hatte ganz andere Gründe als die Ästhetik, die heutige High Heels an den Tag legen. Die Schuhe sollten nämlich vor allem einem praktischen Zweck dienen, die langen Kleider der Damen vor Dreck und Matsch bewahren. Dementsprechend trugen sie diese Treter bei Anlässen im Freien, die sonst zu unschönen Kleidersäumen geführt hätten. Da der Steg teilweise bis zu 50 Zentimeter hoch war, mussten auch alle ihre Zofen diese Schuhe tragen, da sie sonst zu klein waren, um beim Anziehen zu assistieren. Und die 7, Grübchen-Gerät Kaum zu glauben, aber im 20. Jahrhundert waren Grübchen auf jeder Gesichtshälfte absoluter Trend. Wer bereits von Natur aus welche besaß, konnte sich glücklich schätzen, denn die Frauen waren damals so vernarrt in die kleinen Einkerbungen, dass sie sich eines Grübchen-Geräts bedienten. Sehr angenehm kann diese Prozedur nicht gewesen sein, denn die Spange, welche man hinter den Ohren befestigte, drückte mithilfe von zwei Schraubzwingen mit großem Druck in die Wangen. So erschienen zwar nach langem Tragen endlich die Grübchen, dies war aber mit großen Schmerzen verbunden. Doch wie sagt man so schön, wer schön sein will, muss leiden. Vielleicht einer der fehlleitendsten Sätze überhaupt. Aber machen wir schnell weiter mit der Nummer 6. Blaues Blut zeigen Im England des 17. Jahrhunderts galt ein ganz anderes Schönheitsideal als heutzutage. Denn durchschimmernde Venen und blaue Äderchen gefallen Frauen eher weniger und werden fleißig mit Camouflage-Make-up verdeckt. Ganz anders vor ein paar Jahrhunderten. War keine dünne Haut gegeben, so malten sich die Damen mit einem blauen Stift kleine Adern auf Hals und Dekolleté. Dies sollte ihr blaues Blut hervorheben und ihren Status in der Gesellschaft repräsentieren. Und die Nummer 5. Gesichtsschutz Schon mal diese seltsame Kopfbedeckung gesehen? Im 20. Jahrhundert war sie eine Zeit lang richtig Kult und jede Frau musste die schnabelähnliche Konstruktion besitzen. Tatsächlich diente das komische Ding als Schutz vor Regen und Schneefall, so verlief das Make-up nicht und die Frisur wurde nicht durch eine lästige Kappe zerzaust. Leider bildete sich unter der Schutzvorrichtung schnell Dunst und es beschlug, sodass es sich als Regenaccessoire nicht lange hielt. Nummer 4. Schönheitsfleck Während Schönheits- oder Leberflecke in der heutigen Gesellschaft eher als normal abgetan werden oder sogar unter den Laser geraten, waren den Punkten im 18. Jahrhundert Europas eine große Bedeutung zugeschrieben. Denn je nach Position und Form der hauptsächlich aufgemalten Punkte signalisierten sie unterschiedliche Beziehungsstadien. Auf der rechten Wange gemalt, zeigte die Frau, dass sie bereits in festen Händen war. Zeigte man den Punkt auf der linken Wange, so wurde man als Witwe erkannt. Ein Schönheitsfleck auf der Oberlippe signalisierte, dass die Dame Single und durchaus offen für Angebote ist. Hatte der Fleck die Form eines Halbmondes, galt dies als Einladung für ein nächtliches Date. Was man nicht alles mit einem einzigen Punkt ausdrücken kann. Und weiter geht's mit der 3. 2. Rosiges Aussehen Königin Victoria verbot in ihrer Ära den Gebrauch von Kosmetikprodukten. Viele Frauen waren darüber ganz und gar nicht amüsiert und fanden Mittel und Wege trotzdem ein wenig frischer auszusehen, auch ohne Make-up. Sie bissen sich also fortwährend auf die Lippen, um diese Röter erscheinen zu lassen. Aus demselben Grund kniffen sie sich häufig in die Wangen oder gaben sich sogar leichte Ohrfeigen. All dies, um ein rosigeres, frischeres Äußeres an den Tag zu legen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Nummer 2 Tschüss Haare In Zeiten der Renaissance galt eine hohe Stirn, unauffällige Augenbrauen und unsichtbare Wimpern als absolutes Schönheitsideal. Zu diesem Zweck rasierten sich die Hofdamen sogar den Haaransatz, damit ihre Stirn größer wirkte und zupften sich sogar die Augenbrauen und Wimpern aus der Haut. Ganz allgemein wurde in dieser Zeit sehr viel für das Aussehen getan, die Frauen benutzten viele Kosmetikprodukte und der Körper galt als Kapital. Zum Glück hat sich dieser Trend nicht durchgesetzt. Ganz im Gegenteil, die Augenbrauen werden nun immer dicker, die Wimpern immer voller und die Haare immer opulenter. Und damit wären wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Grünes Gift Unglaublich, aber der folgende Trend hat einige Frauen sogar das Leben gekostet. Denn in der viktorianischen Ära wurde ein Färbemittel erfunden, das schnell zum Must-Have avancierte. Die Scheles Green genannte grüne Farbe wurde vor allem für Kleider verwendet. Hergestellt wurde das Mittel durch eine Mischung von Arsen und Kupfer, was im Extremfall einen tödlichen Effekt hatte. Beim Tragen der gefärbten Kleidung kam das Mittel nämlich in Kontakt mit den Schleimhäuten und verursachte Entzündungen, drang nach einiger Zeit sogar in die Haut ein und tötete so langsam ihren Besitzer. Tragischerweise wurden auch viele Häuserwände mit dieser Farbe gestrichen, so dass Bewohner diesen tödlichen Stoffen ausgesetzt waren. Noch heute müssen manche Immobilien auf diese Färbemittel geprüft werden, damit die Käufer auch ja keinen Schaden nehmen. Ja Leute, ich meine jeder kann ja machen was er will, aber sobald es an die eigene Gesundheit geht, sollte man bestimmte Maßnahmen vielleicht überdenken. Oder wie seht ihr das? Schönheit um jeden Preis? Und was ist überhaupt Schönheit? Schreibt uns doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch jetzt gerne noch ein weiteres Video anschauen und wenn ihr Lust habt, dem Video eine positive Bewertung geben. Wir hören uns ansonsten wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund! Peace out!